Heute ist der erste Schulferientag. Nein, ich habe immer noch Ferien im Kopf. Also, nochmal. Hallo zusammen. Ja, es ist schon wieder eine ganze Zeit lang her, wo ich das letzte Video hochgeladen habe. Der Grund ist immer derselbe. Es war Ferienzeit und in den Ferien hatte ich nicht die Muße, nicht die Zeit und nicht die Ruhe, Videos zu drehen. Heute ist wieder Schulbeginn und Kindergartenbeginn und von daher kommt hier ein Video. Und zwar geht es heute um einen Müller-Hall und einen kleinen DM-Hall. Müller-Hall deshalb, weil ich zu Weihnachten einen Geschenkkutschein bekommen habe. Jetzt habe ich heute oder gestern und heute so ein bisschen geshoppt und meine Ausbeute möchte ich euch jetzt gerne zeigen. Ich habe mir ausgesucht, dass, ja, von Lavera Waschlotion und Shampoo für Babys und Kinder. Ich habe zwar keine Babys mehr, aber ich achte schon darauf, dass die Pflege meiner Kinder reichhaltig ist, nicht reizt, vor dem Austrocknen schützt und mir persönlich ist es doch schon wichtig, dass es sich um vegane Kosmetik handelt. Wir haben vorher von Balea das Kinderdusche und Shampoo benutzt, aber Balea ist ja jetzt so eine Sache. Irgendwie weiß ich nicht ganz genau, ob die Inhaltsstoffe der Produkte tierversuchsfrei sind und von daher greife ich dann doch lieber zu Lavera beispielsweise. Ich bin mal gespannt, wie meine Kinder das finden werden, weil es riecht nach gar nichts. Das riecht ja nach nichts und Kinder mögen es ja gerne süß, fruchtig und so weiter. Mal schauen. Dann habe ich mir noch mitgenommen, auch von Lavera, und zwar eine Pflegecreme für Gesicht und Körper, auch für Babys und Kinder und mit Bio-Nachtkerze und Bio-Shia-Butter. Auch vegan, ist klar, und auch wieder parfümfrei. Riecht nach nix. Ja, da sind 75ml drin und schauen wir mal. Für mich habe ich mitgenommen von Terra Naturi, auch vegan, das war glaube ich im Angebot sogar, Verwöhnmomente, Cremedusche und hier ist ein Granatapfel abgebildet. Ja, es riecht halt sehr fruchtig, aber da ist auch noch so was Holziges drin. Keine Ahnung, also da steht halt nur Verwöhnmomente, Cremedusche. Ich gucke mal eben. Ach ja, Granatapfelkern und Sonnenblumenöl. Okay, da sind 200ml drin und ich habe noch nie Produkte von Terra Naturi ausprobiert und deswegen bin ich mal gespannt, was die so kann. Dann habe ich noch mitgenommen, für meine Kinder wieder von Lavera, das Zahngel, weil meine Kinder mögen ihre Zahnfasser nicht mehr. Und deswegen bin ich mal gespannt, ob ich sie damit beeindrucken kann und zwar mit Bio-Erdbeere und Bio-Himbeere. Hier ist auch noch Xylit mit da drin. Riecht lecker nach Beere. Zahngel, die schäumen nicht so sehr. Ich weiß nicht, ob das meine Kinder mögen werden. Die mögen es ja sehr gerne, wenn sie beim Zähneputzen ganz viel Schaum herstellen können. Auch Terra Naturi und zwar Gesichtsreinigungstücher. Ich benutze keine Gesichtsreinigungstücher, weil ich merke, dass sie einfach meine Haut nicht gut tun. Aber ich benutze sie halt für die Hände oder hier Swatches, um Swatches zu entfernen. Und ja, das ist hier biologisch abbaubar. Da sind 25 Stück drin und mit einem Mango- und Aloe Vera-Duft wahrscheinlich und vegan. Von Sante Glanzshampoo mit Bio-Orange und Kokos. Ohne Alkohol soll Volumen schenken. Ist auch vegan und riecht sehr orangeig. Ja, also mehr nach Orange als nach Kokos. Und ja, da sind 200 Milliliter drin. Ich habe noch nie Produkte von Sante benutzt. Von daher bin ich da auch sehr, sehr gespannt. Hier ist eine Maske, die ich sehr interessant fand. Und zwar von Dr. Scheller. Das ist eine Tuchmaske für anspruchsvolle Haut. Argan und Amaranth. Ja, ich mag einfach Tuchmasken lieber als cremige Masken. Und deswegen habe ich das einfach mal mitgenommen. Außerdem starten wir New. Ob es jetzt hier in Deutschland New ist, weiß ich nicht. Aber ich habe es vorher noch nie gesehen. Und von daher bin ich auch hier gespannt. Als ich in den Müller reinkam, führte mein erster Weg sofort zu den Badekristallen. Weil ich die unbedingt mitnehmen wollte. Ich finde sie total klasse. Ich finde ihre Wirkung in der Badewanne, auf den Körper, ist super genial. Im Vergleich zu anderen Badesalzen, Badekristallen. Und die kaufe ich immer wieder nach. Einmal von, ja, übrigens von Kneipp. Habe ich das schon gesagt? Weiß ich nicht. Badekristalle, Gelenke und Muskelwohl mit Anika. Dann einmal Alles wird gut. Hatte ich auch schon mal. Und war auch sehr zufrieden mit Vanille, Macadamia und Honig-Extrakt. Das ist neu. Das kenne ich noch nicht. Also neu für mich. Und zwar Träume der Provence. Ich bin ein riesiger Lavendelfan. Und deswegen musste das auch mit. Und dann noch einmal Rückenwohl Teufelskralle. Dann habe ich das hier noch mitgenommen. Auch von Kneipp. Das ist ein Creme-Öl-Peeling mit Kamelie und Adern. Und ja, ich habe kein Peeling mehr zu Hause. Und ich mag es einfach, in der Dusche einmal die Woche meine Haut abzuschrummen und, ich meine, abzupielen. Und ja, deswegen habe ich es mir einfach mitgenommen. Dann habe ich noch mitgenommen, die beiden hier. Ich habe leider keine Alternativen gefunden. Ja, und zwar in der Farbe dunkle Kirsche. Und ja, ich brauche beide Packungen für meine Haarlänge. Von daher habe ich zwei mitgenommen. Ja, ich habe hier zwei Gesichtsmassen mitgenommen. Ich mag zwar die Tuchmasken lieber, aber die haben mich doch sehr angesprochen. Und zwar einmal eine belebende Feuchtigkeitsmaske und einmal eine reichhaltige Aufbaumaske. Beide Masken sind von der Firma Nature, also auch eine Naturkosmetikmarke von Nature. Vitalisierendes Körperöl mit Bio-Anika-Blütenextrakt und Traubenkernöl. Ja, die Verpackung hat mich auch total angesprochen. Ich benutze Körperöle sehr gerne, hauptsächlich im Sommer. Ja, ich weiß nicht, ich mag den Duft zum Beispiel von, wie heißt das? Die Wine Oil von Coulalie. Ich liebe das. Wollte jetzt ein bisschen herumprobieren und dann habe ich mir jetzt erstmal das mitgenommen. Da sind 100 Milliliter drin. Kommen in so einen Glasplackung. Ist ziemlich stabil mit einem stabilen Deckel und einem praktischen Pumpspender. Und es riecht halt, ja es riecht, für mich riecht es sehr gut. Aber ich kann sagen, dass das nicht für jeden etwas ist. Viele mögen den typischen Naturkosmetikgerufen nicht. Was immer das auch sein mag. Was ist denn ein typischer Naturkosmetikgerufen? Ich finde es riecht natürlich nach Natur halt. Es riecht sehr gut. Ich gucke mal eben hier. Ja, der kommt schon aus. Das ist doch sehr flüssig. Lässt sich aber sehr schön verteilen. Ja, es riecht halt nach Natur. Ich weiß nicht. Ja, ich bin sowieso schlecht in Düfte beschreiben. Aber es riecht sehr gut. Von Antmatics Brow-Vox Stripes. Enthaarungsstreifen für Augenbrauen. Ja, ich habe Augenbrauen, die halt da wachsen, wo sie wachsen wollen. Und halt nicht alles schön an einer Stelle. Sondern sie verteilen sich dann doch ein bisschen hier weitläufiger. Ja, und deswegen habe ich gedacht, nehme ich das einfach mal mit. Und zwar gibt es hier so, beim Gucken. Genau, die sind irgendwie speziell geformt. Ich bin wirklich sehr gespannt. Ich bin wirklich sehr gespannt, ob das funktioniert. Also, die sehen so aus. Wie viele sind denn da drin? Ah, ich sehe. Also, hier sind zwei für den unteren Bereich. Und zwei für den oberen Bereich. Aber dafür, dass da nur zwei Stück drin sind, beziehungsweise für eine einmalige Anwendung, würde ich sagen. Oder? Es ist doch relativ teuer. Finde ich. Verdammt, ich habe keine Preise hier. Testpaket? Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn. Habe ich das umsonst geprüft? Ich muss mal eben nachrechnen, einen Moment. Ich weiß nicht, aber... Die haben mir das überhaupt nicht berechnet. Also, ich weiß überhaupt gar keinen Preis. Das ist die Rechnung. Mal gucken. Egal. Hier auf jeden Fall hat sie keinen Preis berechnet. Da. Geht mal nach Müller. Vielleicht kriegt ihr die sonst. Keine Ahnung. Egal. Auf jeden Fall. Ja, ich bin gespannt. Ich werde es auch ausprobieren. Und ich werde euch darüber berichten. Vielleicht gibt es sogar ein Video darüber. Mal schauen. Weiß ich noch nicht. Und dann war ich im DM. Ich habe mir noch folgendes mitgenommen. Und zwar von Alverde. Das Fixing Spray. Ich habe eigentlich gute Bewertungen darüber gelesen. und auf YouTube gesehen. Riecht auch ganz gut. Sprühnebel ist okay. Sehr fein. Ein Nagellack. Und zwar bräuchte ich noch einen Nagellack in schwarz. Das ist jetzt einer von Trended Up. Ein ganz kleiner. Kleine Größe. Ein... 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 Correcting Powder, glaube ich. Oder Perfection Powder. Das ist jetzt... Meine ich in einer LE drin. Das gibt es jetzt aktuell. Klar. Ich mache es auch mal eben auf. Das ist so ein... Bruder-Gemisch aus mehreren Farben. Und ja, soll wahrscheinlich den Rötungen und so weiter Schatten so ein bisschen korrigieren. Ja, ich habe da jetzt Öl drauf. Vielleicht kann man das hier ein bisschen besser sehen. Nein. Also es ist sehr fein. Und ich bin mal gespannt. Ich hatte nämlich... Ich weiß jetzt nicht mehr von welcher Marke. Von Essence oder vielleicht sogar von Trended Up. So ein Correcting Powder. Und ich war da super zufrieden mit. Und ja, ich werde das mal austesten. Dann habe ich mir mitgenommen Lingerie. Lingerie? Von NYX. Lingerie. Lingerie. Ich kann das nicht aussprechen. Liquid Lipstick. Liquid Lipstick. Und zwar in der Farbe Embellishment. Ich fand die Farbe wunderschön. Und deswegen wollte ich diesen Liquid Lipstick gerne einmal ausprobieren. Und ich habe den jetzt auch drauf. Was mir nicht so gut gefällt, ist das hier. Der trocknet sehr schnell an. Hält auch sehr lange. Relativ lange, würde ich sagen. Für einen normalen Liquid Lipstick. Aber es ist halt ein sehr... Wenn man die Lippen so zusammenpresst, dann kleben die. Ich weiß jetzt nicht, ob das jemand als störend empfinden würde. Aber wann presst man schon die Lippen zusammen? Also so ist das Tragegefühl sehr schön. Die sind auch sehr gut im Auftrag, muss ich sagen. Also die haben einen sehr schönen Applikator. Sehr schmal. Nicht sehr schmal, Quatsch. Platt. Flach. Müsst ihr einfach mal ausprobieren. So, das war mein Müller Haul. Und mein kleiner ADM Haul. Und somit wünsche ich euch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020